Ich will einfach jetzt nicht ein ganzes Jahr wieder allein sein. Wie alt bist du eigentlich? 22. Wohntest du eigentlich alleine oder in der WG? Cheers! Nee, mit meinem Freund zu sein. Ich weiß einfach gerade nicht, ob ich das so will. So eine Beziehung. Du bist meistens into guys, oder? Ja, ich bin gay. Alexis ist gay, auch. Er ist der meisten straight-gay-Gay ich konnte finden. Ich bin gar nicht. Ich bin gar nicht. Ich bin gar nicht. Es ist nur über die Hoffnung. Es ist schwer, zu finden jemanden, den du kannst. Ich bin gar nicht. 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 Also waren wir Baris carriedPower. Vier ist das nicht oder auch einfach. Juni. Ich bin gar nicht. Oder bist du eigentlich hier? Ich bin gar nicht. Untertitelung des ZDF, 2020